Hallo Yu-Gi-Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Yu-Gi-Oh! Spotlight. Das ist der gute Robert und das ist der gute Dirk. Ja und heute mit dem wohl flottesten Verpackungsmaterial für eure Yu-Gi-Oh! Karten. Wir stellen euch das Zubehörsset im IP-Maskarener-Stil vor. Viel Spaß. Viel Spaß. Trader. Mit uns hast du gute Karten. Eröffnen wollen wir das Spotlight aber natürlich wie immer mit der Auflösung unseres letzten Gewinnspiels aus unserem diesmal Brothers of Legend Highlight Video. Da darfst du dich freuen, der Johnny Auriak. Herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ich habe deinen Namen jetzt gerade richtig ausgesprochen. Wenn nicht, tut es mir unendlich leid. Ja, aber nichtsdestotrotz haben wir noch einen anderen tollen Preis für die Nächsten in der Verlosung. Diesmal haben wir was richtig Schönes zu gewinnen, nämlich von Ultimate Guard ein Flippin' Trail Mad Case in Lila. Genau, passend zum Zubehörsset natürlich, wo ihr auch dann eure IP-Maskarener-Matte super drin verstauen könnt. Genau, richtig schönes, großes Teil. Ich war selbst überrascht, dass es so etwas Schönes zu gewinnen gibt. Dann mache ich doch gleich selber mit beim Gewinnspiel. Darfst du das überhaupt als Mitarbeiter? Ich weiß ja nicht. Ich weiß es auch nicht, glaube ich. Aber egal. Versuchen kostet ja nichts. Um beim Gewinnspiel teilnehmen zu können, müsst ihr auch nur drei einfache Dinge getan haben. Genau, ihr müsst den Kanal abonnieren, das Video liken und einen netten Kommentar schreiben. Genau, dann seid ihr in der Verlosung mit dabei und wir drücken natürlich wieder allen ganz kräftig die Daumen. Toi, toi, toi. Ja, auf unserem Kanal ist auch wieder viel passiert und viel am Leben, denn es gibt wieder ein paar neue interessante Videos für euch. Und zu anderem haben wir jetzt wieder ein paar neue Deckprofile. Unter anderem habe ich mein Magieschlüssel-Deck mal vorgestellt. Und du und Christian habt euch mal deinen Totenkopfdiener in den Deckel schnappt. Ja. Und das mal näher vorgestellt. Genau, und was wir auch noch haben, war von dir von letzter Woche der Karatänestream mit iSam. Ja, richtig. Der war wieder zu Besuch. Genau, war auch eine recht lustige Angelegenheit und wir haben den guten iSam damals oder letzte Woche im Stream auch wieder dazu gebracht, wieder einen kleinen Spontan-Rap zum Besten zu geben. Also wer den Stream verpasst hat, guckt doch gerne nochmal die Wiederholung auf twitch.tv.com. Da ist das Video auf jeden Fall noch verfügbar. Ansonsten habt ihr die einzelnen Duell-Videos auch nochmal ganz normal auf unserem Kanal, wie auch sonst. Ja, ansonsten hast doch du wieder mit Christian die besten, ja, präsentiert in jeden Fall die besten Cybers-Monster. Genau, wunderschöne Cybers-Monster. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die rauszusuchen, weil ich von Cybers einfach null Ahnung hatte und ich habe so viele neue Cybers-Monster kennengelernt. Dieser Typ, der ist einfach für mich irgendwie so extern, so nicht existent bin. Ich habe so mit den Dingern nämlich kaum was zu tun. Er ist ja noch vergleichsweise frisch und jung, muss man ja sagen, im Vergleich zu den ganzen anderen Typen. Selbst die Würm-Monster gibt es ja schon vergleichsweise deutlich länger als die Cybers-Monster. Aber es gibt mittlerweile viel mehr Cybers-Monster als Würm-Monster. Oh, da muss aber Konami nochmal dann ordentlich nachgehen. Vor allem bei Seeschlangen müssen die nachgehen. Da auch. Also von daher, Konami, ihr habt die Aufgabe erkannt, wir brauchen mehr Seeschlangen. Genau. Aber es gibt noch viel, viel mehr, denn unter anderem gibt es auch ein neues Produktvideo abseits von, ja, sag ich mal, dem normalen Yu-Gi-Oh!-Content. Nämlich von Ultimate Guard gibt es einen neuen Rucksack, nämlich den Vago Journey Rucksack. Eine quasi Multifunktionstasche, muss man ja eigentlich mehr sagen. Genau, nicht nur für Yu-Gi-Oh!, sondern halt für alles gemacht, wo man einen Rucksack oder eine Tragetasche brauchen könnte. Genau, von daher schaut euch das Produktvideo gerne mal ein bisschen im Detail an. Ist vielleicht nicht unbedingt ganz günstig, das Gerät, sag ich mal. Aber ich glaube, aufgrund der vielen Features, die dieser Rucksack mit sich bringt, ist der Preis auch durchaus dann genutzt. Genau, für einige mit Sicherheit zu empfehlen. Andere Leute, die halt wirklich nur für eine Funktion brauchen, sollten sie ja vielleicht ein bisschen woanders gucken und nicht unbedingt diesen doch wohl sehr teuren Rucksack besorgen. Aber ich denke, dass er doch schon sehr, sehr lange halten wird, weil die Qualität sieht wirklich gut aus von dem Ding. Ja, also von daher lohnt sich da mal reinzugucken. Genau. Ja, aber unser letztes Spotlight drehte sich ja um das neue Set Brothers of Legend. Jana und ich haben uns ja ein bisschen mal in unserem Booster-Glück versucht und da ein bisschen mal reingeschnuppert, nachdem du und Christian ja auch schon die Highlights vorgestellt habt. Und passend dazu haben wir wieder auch fleißig Kommentare von eurer Seite aus gesammelt. Genau, der erste Kommentar kommt nicht von Aramis Richter, sondern von dem guten Danger. Der schreibt auch sehr viel auf unserem Kanal. Ja, cooles Opening ihr beiden. Das Highlight war auf jeden Fall Janas Kraken-Kraken-Namenskampf. Das sage ich jetzt nicht dreimal schnell hintereinander. Das Set ist mir wieder wirklich gut gelungen, aber das kennt man ja von der ehemalsen Battles of Legend Reihe. Finden die neuen Speedroid-Karten auch mal wieder nicht von schlechten Eltern. Mittlerweile sind sie pur vielleicht sogar besser als mit den V-Tags. Das ist sogar durchaus möglich. Also ich habe auch vor kurzem mal auf einem kleinen Discord-Kanal, aber privat auch gegen einen Speedroid-Deckel gespielt. Also Geschwindigkeits-Roll-Deckel gespielt und das war auch wirklich eine pure Variante. Und es kann sehr anstrengend und sehr gut werden. Also wenn man da nicht ausreichend Unterbrechungseffekte hat, dann legen sie dir auch mal relativ easy und geschmeidig den neuen Kristallglasflügel-Synchro-Drachen auf das Spielfeld. Oder auch den neuen Glasflügel-Fahrer. Also von daher und noch viel, viel mehr. Also das ist schon nicht ganz ohne, dass der Kip so... Ja, also der neue Support, der kann sich echt sehen lassen. Oh ja. Cool finde ich auch den Kommentar von Sako Lu. Schönes Opening. Besonders an dem Pack mag ich die Kuribu-Kombo mit deren Bossmonster. In dem Fall den Kuribabyl, den wir auch endlich bekommen haben. Gibt ein paar schöne Nostalgie-Momente, als Yugi mit dem Wächtertypen gekämpft hat. Ja, das Duell damals gegen Raphael mit seinen Wächterkarten, als Yugi das erste Mal die Kuribu-Brüder aufs Zeit gebracht hat. Auch das einzige Mal letzten Endes. Ja. Fand ich auch schon recht interessant. Kuribabyl. Das finde ich mal so ein cooler Name. Das ist einfach so ein flauschiges Teil, was einfach grimmig aussieht mit dem Einhorn. Ja. Ja, im Prinzip eine Mischung aus Kuribu und dem Horn des Einhorns. Der Zauberkarte, mit der damals Yugi auch gerne mal den verrückten Kobold ausgerüstet wird. Genau. Passt gut zusammen. Ja. Dann haben wir natürlich noch einen wunderschönen Kommentar von dem Kampfteebeutel. Der schreibt auch eine ganze Menge. Oder immer mal wieder was. Immer mal wieder was, genau. Das Set wird wohl mein persönlicher Adventskalender. Schade, dass es keinen aktuellen Adventskalender von Konami gibt. Nichtsdestotrotz, gutes Set. Ja, Adventskalender, wie wir wissen, gibt es nun mal nicht jedes Jahr. Ich glaube, es gab zwei hintereinander. Und irgendwann müssen die mal wieder Pause machen mit Adventskalender. Ja, zumal wir auch ein bisschen das Material auch vielleicht für einen passenden, sinnvollen Adventskalender auch einfach vorhanden sein müssen. Und man muss auch bedenken, dass jetzt gerade der Adventskalender nicht unbedingt im Fokus von Konami's Produktportfolio hat stand, weil wir gerade ja mit einer kleinen Ressourcenknappe halt ja auch zu kämpfen haben. Deswegen hat man sich, denke ich, auch wohl gedacht, sparen wir uns den Kalender auch dieses Jahr mal wieder auf. Weil wenn wir schon Schwierigkeiten haben, unsere anderen Produkte vernünftig zu produzieren, dann quetschen wir nicht noch ein weiteres Produkt rein, was dann sowieso dann auch nur in begrenzter Auflage gedrückt werden kann. Also von daher war das, glaube ich, eine sinnvolle Entscheidung, da dieses Jahr auf den Kalender zu verzichten. Es ist halt auch die Frage, wie gut sind die letzten Kalender verkauft worden. Da weiß ich nun mal auch nicht. Den letzten Kalender, das war das letzte Mal mit dem Kuribu, ne? Genau. Den habe ich mir zum Beispiel gar nicht geholt. Ich habe den irgendwie voll verpasst. Und ja, Wupp war weg. Und ja, wer weiß, ob die sich gedacht haben, ne, dieses Jahr wird sich wohl nicht lohnen. Wir warten noch zwei, drei, vielleicht auch noch länger. Mal schauen, wie viele Jahre hier. Ja, deswegen ist dann die Wartezeit dann vielleicht auch gerechtfertigt und hofft noch, dass er dann wirklich wieder einen coolen Kalender bekommt. Oder nochmal einen coolen Kalender bekommen. Ja. Ja, einen habe ich aber noch und zwar von dem Dominik Herzog. Er schreibt, super sweet, euch beiden bei den Videos zuzugucken, egal was der Inhalt ist. Freue mich riesig auf das neue Set. Habe mir schon ganz viel bei euch vorbestellt. Heute Abend wird das riesige angekommene Paket zusammen mit der Freundin geschlachtet. Oh ja, dann war viel Spaß dabei und viel Glück bei gutem Puls. Ja, auf jeden Fall. Macht ja auch immer Spaß, sowas mit Leuten gemeinsam halt aufzumachen, ne? Sie so ein bisschen gegenseitig anzustacheln, so ein kleines internes Display-Battle auch zu liefern. Wer zieht die besseren Karten aus den Displays? Wer zieht dann die begehrten Karten? Wer zieht den Starlight Dragoon? Ja, du nicht. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich mache es gleich erst los. Mal schauen, was ich da so kriege. Ja, also wieder viele tolle Kommentare von eurer Seite. Schreibt auf jeden Fall weiter fleißig Beiträge unter unseren Videos. Wir würden uns auf jeden Fall freuen über jeden Kommentar von euch. Ganz genau. So, und jetzt kommen wir mal zu unserem allgemeinen Update News. Denn wir haben wieder ein paar neue interessante Informationen bekommen von Conan. Ja, nämlich erst mal zu Ghost from the Past – The Second Haunting. Genau. Ich glaube, der Name war vorher noch gar nicht bekannt, ne? Genau, der ist jetzt auch offiziell bekannt gegeben worden. Vorher hieß es ja nur Ghost from the Past 2, mehr oder weniger. Platzhalter, genau. Platzhalter, genau. Und jetzt haben wir auch den offiziellen Arbeitstitel von Ghost from the Past, nämlich The Second Haunting. Genau, und zwar haben wir da nämlich ein paar Ghost Rears, die halt bekannt geworden sind. Genau, die sind Ultimate Rears, die, ne, Ultra Rears, die jetzt drin sind. Genau, die ersten Ghost Rears haben wir euch ja letzte Woche schon präsentiert. Genau. Da haben wir unter anderem noch den blauigen weißen Drachen als Ghost Rear, den Cyberdrachen in Ghost Rear. Das dürfte ja was für dich interessant sein. Ich muss aber sagen, der blauige weiße Drache hatte schon einen Ghost Rear Print. Ich finde es ein bisschen komisch, dass er jetzt noch einen kriegt. Ja. Und wieder in einem Set, was irgendwas mit Haunted oder Haunting zu tun hat. Ich, ich, ja, es könnte fast so sein, als wäre das eines der Lieblingsmonster von Konami. Wie kommst du denn darauf? Gute Frage. Ja. Auf jeden Fall haben wir noch ein paar schöne Ultra Rears, die bekannt geworden sind. Richtig. Nämlich der Crystal Beast Rainbow Dragon, den Decoded Talker Heart Soul und den endlich erscheinenden Boreal End Dragon, der einfach ein krasses geiles Ador hat, muss ich sagen. Absolut, ja. Mit dem Boreal End Dragon kriegen wir auch ein richtig krasses Link 5 Monster, weil der erstmal alle gegnerischen Monster angreifen darf, was ich jetzt schon richtig frech finde. Hinzu kommt noch ein Effekt, der eben vor allen zielenden Effekten und vor der Zerstörung durch Effekten halt schützt, was auch schon richtig krass ist. Und dann noch 3.500 Angriffspunkte zu haben, das ist schon nicht ganz ohne. Das ist ein Pöker Trihoff, das ist Steroide. So richtig. Ja gut, der durchschlagende Kampfstand fehlt ihm halt noch. Ja, trotzdem. Aber ja. Und ja, der Decoded Talker Heat Soul ist auch eine, denke ich mal, recht interessante Karte, gerade für die Cyberspieler unter euch. Denn er erlaubt es euch für den Preis von 1.000 Lebenspunkten einfach mal stumpf eine Karte zu ziehen, was ja mittlerweile auch einfach ein Geschenk ist. Ja. Das ist gut. Ja. Und dann noch einen kleinen Bonus-Effekt, falls man dann 2.000 oder weniger Angriffspunkte noch übrig behelfet, dann darf man noch ein entsprechendes Cybersalink-Monster aus dem Extra-Dick beschwören, indem man ihn selber halt verbannt. Also von daher eine recht interessante Geschichte. Mhm. Aber ich glaube, eine der anderen beliebtesten Karten, auf die viele auch schon warten dürften, ist der Crystal Beast Rainbow Dragon, weil gerade Kristallungeheuer von dem neuen Kärtchen durchaus profitieren dürften. Genau. Und die haben auch einfach noch nicht genug Support bekommen. Die brauchen immer noch mehr gute Karten. Mhm. Und da ist der Drache schon mal wirklich ein sehr, sehr guter Ansatz. Aber wir haben noch mehr. Passend auch zu unserem Structure-Deck Alba-Strike, was uns nächstes Jahr erwartet, haben wir noch ein paar neue Karten vorgestellt bekommen. Die wurden jetzt vor kurzem in einem Stream in Japan auch vorgestellt. Und das Alba-Thema bekommt einen eigenen Fusionszauber, die markierte Fusion oder im Englischen Branded Fusion. Ich sage es so oft, ein Themendeck ist erst dann ein richtiges Themendeck, wenn es eine eigene Fusionskarte hat. Vor allem, wenn das Themendeck sowieso viel mit Fusionsmonstern spielen kann. Die kriegen jetzt tatsächlich eine eigene Fusion mit, der sie das Material auch ohne weitere großartige Einschränkungen aus dem Deck benutzen dürfen, was halt schon mega stark ist. Die einzige Einschränkung in dem Sinne, die die Karte halt mit sich bringt, ist, dass wir in dem Spielzug, wo wir die Branded Fusion, also die markierte Fusion benutzen, nur noch Fusionsmonster vom Extra-Deck beschwören dürfen. Was aber für fusionslastige Themen kein Problem darstellen dürfte. Oh nein. Und das für Albas. Falle von Albas-Decks. Oh nein. Oh nein. Das ist ganz schlimm. Das geht ja gar nicht. Ja. Vor allem kann man diese Karte auch wunderbar mit anderen fusionslastigen Themen, wie zum Beispiel Beschworen oder Schattenpuppen kombinieren. Weil zusammen mit dem Albion, der ja schon draußen ist, und dem noch erscheinenden Rubelio, der ja auch in dem Structure-Deck mit drin sein wird, lassen sich da echt interessante Kombinationen machen. Weil diese beiden Fusionsdrachen noch eine zusätzliche Fusionsbeschwörung direkt bei ihrer Beschwörung mit sich bringen. Und wenn man dann das passende Material mit der markierten Fusion auf den Friedhof legt, kann man schon echt zwei fiese Fusionsmonster auf das Spielfeld bringen. Das wird echt böse, das Deck. Also ich habe auch schon einige interessante Sachen gesehen, was man mit der Karte einstellen kann. Und das Deck wird echt heftig. Also solltet ihr euch das sehr, sehr gut überlegen, ob ihr das Deck nicht holen wollt. Weil es lohnt sich definitiv, sich das Structure-Deck zu holen. Ja. Da gehe ich auch mal von aus. Außerdem haben wir noch ein paar nette Reprints in dem Ding. Zumindest im OCG. Ob wir die jetzt bekommen, ist halt die Frage. Da warten wir noch drauf dann. Also wir beim OCG haben sie vom Grab gerufen, den Topf der Extravaganz und das Gefängnis des Eisdrachen. Ja, gerade der Topf ist ja auch wirklich eine sehr, sehr beliebte Karte. Und auch trotz des letzten Reprints jetzt in Maximum Gold ist er trotzdem nicht unbedingt übermäßig bezahlbar geworden. Günstiger als vorher auf jeden Fall. Aber noch nicht, dass es halt für die breite Masse wirklich bezahlbar ist. Und wenn wir wirklich Glück haben, kriegen wir auch im nächsten Jahr den Topf der Extravaganz dann höchstwahrscheinlich als Super-Rare-Print dann in dem Structure-Deck. Wir warten mal ab, ob das auch wirklich so beibehalten wird. Also ich kann es mir schon in gewisser Weise vorstellen, aber ich bin da vorsichtig optimistisch. Ja, gerade bei dem Topf. Und das Gefängnis des Eisdrachen kann ich eher erwarten. Vom Grab gerufen hatten wir schon mal den Structure-Deck. Von daher. Der Topf wird dann so eine knifflige Sache. Wir hatten ja, jetzt Raigeki ist wie alt, 21 Jahre. Und die haben wir jetzt vor kurzem das erste Mal in einem Structure-Deck gehabt. Und dann noch nicht mal im Common, sondern im Super-Rare. Ja. Also bei solchen Karten muss man dann immer vorsichtig sein, ob die noch wirklich hinzuordnen. Und ähnlich ist es ja auch mit dem Mapien Flederwisch gewesen. Den haben wir ja auch dann noch bekommen in Super-Rare. Auch nur in Super-Rare. Also es gibt zwar schon vorher mal einen Rare-Print zwischendurch in einem kleinen Neben-Booster-Pack. In einem Battle-Pack, glaube ich. Ja, genau. Aber von daher, da wird Konami auch nicht mehr sagen, okay, die drucken wir jetzt mal in Common. Einfach mal so raus für die breite Masse. Und ich denke mal, das wird bei dem Topf der Extravagance nicht anders so aussehen. Genau. Falls er dann wirklich drin landet. Genau. Wir warten mal ab und lassen uns überraschen, ob wir wirklich ein Glück haben, dass wir auch den Top der Extravagance hoffentlich noch für die breite Masse günstig bekommen. Aber bis das Deck rauskommt, haben wir noch ein bisschen Zeit. Also von daher. Alles gut. Genau. Und dann wurde jetzt im OCG für den 19. März 2022 ein neues sogenanntes Deck-Build-Pack, das Tactical Masters angekündigt. Das entspricht bei uns so den kleinen Nebensets, wie zum Beispiel das jetzt demnächst erscheinende Grand Creators. Also ein neues kleines Nebenset, wo wir drei neue komplette Themendecks bekommen werden. Mehr ist zu dem Set allerdings noch nicht bekannt. Ich bin mal gespannt, was die neuen Themen so sein könnten. Ihr könnt ja mal eure Vermutungen äußern, in welche Richtung so die einzelnen drei Deck-Themen wohl gehen könnten. Lasst mal so ein paar interessante Strategiewege vielleicht euch mal einfallen und schreibt mal in die Kommentare, wie so die neuen Themen wohl aussehen könnten. Ich habe jetzt auch schon gleich eine Überlegung dazu. Wir kriegen ja ein neues Themenset, so ähnlich wie Phantasma Spiral, das über normale Monster und dann mit Hilfe von Zauberern und Fallenkarten den Gegner fertig machen. Das wäre natürlich ziemlich cool, ja. Ein paar neue normale Monster-Decks, die wirklich halt im Grunde auch nur normale Monster und eventuell noch Tokens beschwören. Hätte ich nichts gegen. Also ich mag Phantasma Spiral als Deck und dann sowas ähnliches nochmal als anderes Thema immer gerne. Dann vielleicht nochmal Seeschlangen. Oder Fische. Oder Würren. Ja, wir warten mal ab. Lass uns überraschen. Schreibt mal ein paar nette Kommentare, was ihr wohl glaubt, was in dem neuen Set so drin sein könnte, so thementechnisch. Ja. Ja, das war's mit unseren News für diese Woche. Und jetzt hören wir mal zu unserem klassischen Opening-Tisch rüber. Und dann schauen wir uns mal an, wie das neue Zubehör-Set IP Mascherina sich so anfühlt. Bis gleich. Bis gleich. Dann wollen wir doch mal ohne große Umschweife mal zu dem neuen Produktportfolio kommen, was das Konami endlich spendiert hat. Ja. Leider ein bisschen verspätet, muss man ja sagen. Aber das ist ja aufgrund der ganzen Ressourcenproblematik auch nicht unbedingt verwunderlich. Genau. Wahrscheinlich wird auch nicht so die größte Priorität auf dieses Produkt jetzt gelegt. Dafür haben wir dann aber die Haupt-Sets und die anderen Nebensets dann halt relativ punktlich bekommen. Das ist richtig. Von daher finde ich es schön, dass wir uns zumindest jetzt noch ein bisschen im Nachgang uns das Produkt ein bisschen näher angucken können. Wie euch vielleicht schon aufgefallen sein dürfte, haben wir bis auf die Hüllen noch alles da. Die Hüllen haben leider einen noch unbekannten Liefertermin. Von daher müssen wir da euch in dem Fall nur mit drei von den Artikeln beglückten Sachen fragen. Genau. Hüllen müssen wir mal nachreichen, glaube ich. Schauen wir mal. Genau. Von daher nutzt da auch ganz gerne in unserem Shop den Liefer-Alarm. Also wenn die Hüllen dann irgendwann mal angekommen sind, können wir dann auch sofort per Info dann auch die Hüllen bestellen. Dann kriegt ihr eine Mail, falls sie dann da sind und zu kaufen sind. Genau. Gut. Dann fangen wir noch mal ohne große Umschweife an. Und ich würde sagen, wir fangen mit dem größten oder vielleicht entdeckendsten Produkt mal an, nämlich der Spielmatte. Ich glaube, das dürfte auch so mit das wichtigste Accessoire grundsätzlich sein. Ja. Das kannst du nämlich zumindest am meisten mitnehmen. Genau. Das ist halt unser wichtigstes Utensil, sage ich mal, neben dem Deck natürlich. Von daher gucken wir doch mal rein. Also wir sehen auch schon auf der Vorschau, quasi auf der Verpackung, dass wir hier sowohl das alte als auch das neue Artwork von IP Mascarena vorfinden. Also das finde ich schon ziemlich cool, dass man diesen kleinen Kontrast einfach hat. So und jetzt mal ähnlich wie ein Doktor mit dem Skalpell einmal kurz hier das Siegel lösen. Und dann schauen wir uns die Matte doch mal in voller Pracht, würde ich sagen. Oh ja. Ich bin da sowieso generell ein großer Fan von Spielmatten, weil man da wirklich sehr kreativ auch werden kann, was das Design angeht. Und ich muss sagen, sieht schon echt cool aus. So dieser Kontrast mit diesen beiden Artworks dann und diesem, ja sag ich mal, seichten, harten Übergang mit diesem gelben Streifen. Ja, passen zu beiden Artworks natürlich. Genau. Vor allem auch dieser Gelbton, den sieht man bei IP Mascarena ja sowieso generell überall. Sowohl an ihrer Klamotten als auch an ihrem Katzenschwanz und auch an ihrem Bike. Kann man sehr, sehr gut sehen, dass diese Gelbtöne auch gut mit wegen dem Handkontost werden. Vielleicht sollten wir auch mal das Ganze natürlich... Genau, zeig ich mal alles. Zeig ich mal alles. So, damit wir auch die Matte in voller Pracht betrachten können. Also, ich persönlich muss sagen, eine coole Matte, die wird auf jeden Fall den Weg in meine Mattensammlung finden. Bei mir natürlich auch. Sehr gut. Also von daher sind wir uns da schon mal einig. Ja, finde ich halt auch echt cool das Artwork, voll mit dem Bike dazu. Das passt auch gut zu ihr. Und dann passen mit der neon beleuchteten Stadt im Hintergrund. Ja, wirklich echt cool. Also da haben wir wirklich mit dem alternativen Artwork von IP Mascarena alles richtig gemacht. Oh ja. Oh ja. Gut. Dann machen wir mal weiter. Denn passend zu unserer Spielmatte gibt es auch einen kleinen Portfolio, also einen kleinen Sammelordner mit neun Taschen pro Seite. Also im Prinzip die klassische Größe. Hier auf der Rückseite haben wir noch einmal das Original Artwork von IP Mascarena. Hier auf der Vorderseite nochmal das neue. Und wie man es eigentlich auch schon kennt, ist das natürlich ganz... Jetzt keine Stelle zum Aufmachen? Deswegen müssen wir hier mal wieder ein bisschen operieren. Oh, oh, oh. Ja, Dr. Dirk. Dr. Dirk. Genau. Schwester, Skalpel. Das liegt bei dir. Schwester Robert. Ja. So, gucken wir nochmal näher rein. Also hier nochmal auch mit diesem coolen, glänzenden Effekt finde ich das auch wirklich sehr, sehr, sehr schick. Also es macht echt Spaß, sich solche Sachen nochmal näher anzugucken. Es glitzert. Es glitzert überall. So wie die Karten. Alles, was glitzert, ist eh besser. Genau, das stimmt. Ausbildausnahme von Poki, Draco. Wobei Poki, Draco und Glitzer wäre bestimmt auch episch. Secretry oder so. Oh, hätte was. Hältes Hardwork passt mit Sicherheit ziemlich gut. Ja. Gut. Dann, wie gesagt, kennt man das halt schon. Mit dem seitlichen Einschub haben wir hier neun Fächer pro Seite. Bzw. Vorder- und Rückseite jeweils neun Fächer. Das heißt, hier habt ihr Platz für insgesamt 180 Karten in eurem Ordner. Also in dem Fall 180 weitere Poki-Dracos bei mir. Ach, dafür benutzt du die Ordner sonst? Ja, gerne. Also ich habe zum Beispiel mal ein Douglas-Magier-Mädchen, die Drachen-Ritterin-Ordner auch mit Poki-Dracos vollgestopft. Okay. Ein bisschen Platz brauchte ich halt noch und da kommt mir natürlich der Ordner jetzt natürlich sehr gelegen. Ja, natürlich. Natürlich. Nochmal wieder 180 Poki-Dracos dabei. Genau. So, und natürlich haben wir noch die passende Deckbox. Yay. Die hat Platz für insgesamt 70 eingehüllte Karten. So, die Frage mit den Doppel-Einhöhlen, wie gut wird das anpassen? Ich befürchte, das wird dann schon ziemlich eng werden. Das könnte in der Tat vielleicht ein bisschen, ja, wirklich eng werden, aber in den meisten Fällen die Deckboxen für zumindest normal einzeln eingehüllte Decks durchaus, ja, sag ich mal, groß genug. Also von daher habe ich da eigentlich nie das Problem gehabt, dass diese Deckboxen nicht irgendwie ausreichend Platz bieten würden. Denn solange ihr nicht jetzt anfangt, irgendwie alles doppelt gesleeved oder dreifach gesleeved auch teilweise mitnehmen zu wollen. Und dann ein 60-Karten-Deck spielen. Und dann ein 60-Karten-Deck spielt, solltet ihr mit dem Deck eigentlich kein großes Problem haben. So, auf der Vorderseite sieht man hier schon mal ganz schön, haben wir nochmal das neue Artwork von IP Mascarena. Auf der einen Seite nochmal das Mädel in groß, auf der rechten Seite nochmal das Original-Artwork von IP Mascarena und natürlich auf der Rückseite das Ganze. Genau. Damit wir das auch schön abrunden können, finde ich sehr schön. Und wenn man ein bisschen hinhört, das klappert. Ja, was könnte da nur drin sein? Was könnte da nur drin sein? Natürlich der übliche Kartentrenner. Der gehört nämlich eigentlich zur Standardausstattung bei solchen Deckboxen mittlerweile dazu. Einfach um das Main-Deck von Side-Deck und Extra-Deckkarten zu trennen. Finde ich auch eine ganz schicke Sache. Vor allem auch mit dem coolen Design von der IP Mascarena. Hier nehmen wir nur auf der Vorderseite das Original-Artwork. Finde ich aber auch vollkommen ausreichend, weil ich glaube beide Artworks wären zufolge geworden. Ja und das alternative Artwork geht dann eher so in Richtung als Design in die Breite. Es passt auf diesen Kartentrenner halt auch nicht so gut drauf. Ja gut, man hätte das natürlich auch genauso wie hier machen können, aber dann hätte auch die Hälfte vom Platz mehr da weniger quasi nur Luft gewesen sein können. Also von daher finde ich hier die Auswahl eigentlich ganz optimal für dieses Produkt. Ja. Also eine schöne runde Sache. Leider können wir euch hierhin jetzt gerade, wie gesagt, nicht zeigen. Dann gibt es gerade ein paar Lieferengplätze. Nichtsdestotrotz finde ich das wirklich eine schöne runde Sache. Auch wieder eine coole Designwahl auf jeden Fall für so ein Produkt. Und ja, ich hoffe mal oder ich freue mich auch schon auf die nächsten Zubehör-Sets, weil da haben wir ja schon so ein paar Infos bekommen, was uns als nächstes erwartet, die nächsten beiden. Ja. Aber da wollen wir euch nicht zu viel teasern. Schaut am besten mal unsere Spotlights auch. Da werden wir euch dann entsprechend ja auf dem neuesten Stand halten, was wir da auch an neuen Produkten bekommen. Ja. Das ist unser kurzer Überblick über das neue Zubehör-Set im Design von IP Mascarena. Und jetzt würde uns mal interessieren, was haltet ihr denn von diesem neuen Produktportfolio? Was davon werdet ihr euch zulegen? Was ist so euer Favorit? Wie oft werdet ihr es euch zulegen? Wie oft? Genau. Schreibt auch mal nette Kommentare. Wir freuen uns über jeden Beitrag von eurer Seite. Falls euch unsere kleine Vorstellung gefallen hat, gerne auch mal ein Like da lasst. Und vergesst auch nicht unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr auch keines unserer Videos verpasst. Genau. Danke für's Zuschauen und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.